Auch wenn der See leer ist, die Region bietet mehr an Freizeitwert als allgemein angenommen. Ein Teil davon ist zum Beispiel der Minigolf-Abenteuerplatz in Hemfurt-Edersee, wo man gut und gerne mit Kindern zwei, drei Stunden verbringen kann. Ja, Herr Friedrich, schöne Anlage. Wie war denn die Auslastung? Ist ja noch relativ neu. Und wenn man so die Ederrandstraße langfährt, man findet also nicht unbedingt gleich Adventure-Minigolf am Edersee. Ja, wir sind natürlich jetzt ganz neu das erste Jahr und war natürlich auch ein großer Andrang die ersten Wochen und Monate, beziehungsweise sonst gibt es jetzt seit genau drei Monaten. Und die Gäste kommen zu uns und sind zufrieden und man bekommt immer ein positives Feedback. Jetzt ist das ein Minigolf, aber nicht wie man ihn so aus den 60er, 70er Jahren kennt, bisschen Ethernet, bisschen Beton, sondern das ist schon sehr speziell. Der Großteil kennt immer noch dieses klassische Minigolf mit den Betonbahnen, mit den Metallumrandungen außen drum. Die haben das Image, viel Unkraut. Adventure-Golf ist lebendig. Der Rasen selbst ist aus Kunstrasen. Die Figuren sind bunt, deutlich größer. Eine Minigolfbahn ist so sechs bis acht Meter. Adventure-Golfbahn, die gehen erst bei ungefähr acht Meter los, so ist es bei uns, und dann bis 28 Meter. Und da ist der Spielspaß schon deutlich größer. Das ganze Gelände sind ungefähr 4.000 Quadratmeter. Genau, wir haben knapp 4.500 Quadratmeter, von der ungefähr knapp über 3.000 Quadratmeter reine Spielfläche sind. So ein bisschen Gastronomie gibt es, ist da ein weiterer Ausbau vorgesehen? Erstmal bei dem kleinen Imbiss jetzt, so ist es erstmal gedacht, was wir vorhaben. Größer soll es erstmal nicht werden. Erstmal das Angebot, was wir haben, mit regionalen Speisen, Getränken, auch gut den Gästen anbieten können. Ja, so ein kleiner Imbiss. Genau, ein kleiner Imbiss dabei. Das gibt es schon und das wird auch regional, um regionale Produkte erweitert. Das soll auch so bleiben, erstmal, genau, ja. Nun haben Sie das ja, gehört ja ein bisschen Mut dazu, so etwas aufzumachen. Nach Corona, trotz Corona, ist der niedrige Wasserstand für Sie ein Problem am See? Also dieses Corona-Ding war letztendlich auch die Idee, warum alles entstanden ist. Er hatte zu dem Zeitpunkt damals eine Jugendherberge geleitet und so kam dann alles ins Laufen. Der niedrige Wasserstand, wir bekommen davon nichts mit. Letztendlich spielt es wahrscheinlich auch eher Gäste zu uns. Also wir haben viele Gruppen, die sagen, sie müssen ihre Bootsfahrt absagen und kommen stattdessen dann doch lieber Golf spielen. In so einem Fall ist es dann eher positiv. Wobei die Gesamtsituation natürlich sehr, sehr schade ist und wir auch lieber einen vollen See hätten. Aber es ist natürlich hier auch ein Angebot für Familie mit Kindern, mal, wie lange braucht man, zwei Stunden? So knapp anderthalb, zwei Stunden, die man einplanen kann. Hier zu verbringen und nicht nur die schöne Anlage, auch den schönen Ausblick genießen. Genau, es ist ein wunderbarer Blick ins Edertal und den kann man auch mal über zwei, drei Stunden auch mal länger gern genießen. Bis zum nächsten Mal.